so hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren street fighter 6 video wir wie dem im extremen kampf da werden zufällige sachen gezeigt die der auto müssen im kampf und so gewinnen wir sozusagen den kampf damit alles reingeworfen was geht ja und der biedemann master ist auch dabei mit dj was ist mit ihr los hier das habe ich auch kennen gespielt ein bisschen als dieser ganze regeln ja das kann ich nicht so gut ich es ist ein leichter angriffen durchbrechen er hat das war kein guter angriff das war dumm ok das ist simpel ja das lebt man auch in der welt zu tun wieder falsch angriff wenn dann mit style baby naja sie haut dich ja erstmal in die luft ok was passiert als nächstes ach man das ist so ja 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 der reversal ja 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 1 4 5 war doch gar nicht ok ok 21 wird schwierig ja 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 das war dumm ja 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 das ist besser das ist besser ja ja sondern Di Es war dumm. Oh man. Yes. Gewonnen haben. Okay. Okay. Dann wollen wir mal schnell schauen in die nächste Runde. Okay, mal gucken was uns jetzt zerblüht, drei Runden lang. Normalkampf? Aha, von wegen. Oh scheiße, hätte ich nichts machen sollen. Ah, ich bin dumm. Ich treu mich überholen, scheiße. Was ist so vorgegangen? Bombe, ja. Ich habe auch was gekriegt. Ja, ich habe am wenigsten. Ach, Mann. Ist praktisch wie Wurdebein. Wie das Tekken... Wurdebein bloß... Okay, dann wollen wir mal gucken, was uns hier erblüht. Normaler Fight? Nee. Nee. Regimen, auf die Scheiße. Ich bin blöd. Ich muss nochmal... Ah, so. Kann man das nicht abbrechen. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ich bin blöd. Ah, wieder nix. Meine Güte. Bei Pokémon wird es ja auch gleich für... viel mehr verkauft... viel mehr mehr verkauft zu haben. Am meisten Sack. Schlag und reichen. Alles klar. Ach was hat. Ach was hat. Ach was hat. Ach was hat. Perfekt. Nee, ich war nicht gut. Special Move! Wieder guckt der Ditche. Geht er für Punkte? Nee, okay. Ah! Erstmal Punkte, Baby! Kine in den Schlag. 2-5-Bit. 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 Nee. Puh! Okay, aber das macht Spaß. Oh, U-Match. Ähm, ich schreib mal schnell den Raff... Der ist ja was. Weil der hat gerade, der will mitmachen, aber das geht halt nicht, ne? Weil wir jetzt so... Ach, warte, ne? Aber wir machen ja auch nicht lang. Ey, wie, ne? Oh, ich bin vor der Kaffee des, okay. Da krieg ich, das gibt Punkte, Leute. Sehr schön. Hm, du warst schneller dann, okay. Hm, du warst schneller dann, okay. Ja. Das geht Popdown, oder? Ja. Ja. Oh, Session! Sofie now. Oh! Ui! Verdammt! Was ist das für ein Plan? Hallo! Was ist das? 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 Was ist das für ein Plan? Ja, da guckt der aus der Wäsche her. Wir haben es geschafft tatsächlich. Ja. Ich glaube der Zweifelweg. Nee, kann man nicht. Geh gar nicht. Okay. Geh nicht lang. Ja, das passt für sie besser. Mist! Ja, sehr schwierig noch für mich. Ah ey, ich passt nicht dazu. Ich bin jetzt auf der Wäsche. Scheiße. Ja, wie ich zufällig in so einer Position bin, wo ich es fahren kann, ist es dann halt ein bisschen wies, Leute. Wo war das? Das da, das denn? Level 3, oder, ist das? Jo. Aber dafür kriege ich keine Punkte. Das ist jetzt kein Punkte-Boost. Du schon. Oh. Oh. Oh, da hat's not on them. Wooh! Nein. Ich habe den Kassel geschafft. na na ja da wollen wir schauen aha wieder mit down city wollen wir schauen alles klar ja 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 Ja! Zeig uns! BUM! Die Französin! Die Französin! Oh! Tenshin! Die Yuduka! Was ist los? Ja, okay. Das ist sehr schwierig, Mann. Was ist das denn? Ist das ein Bonus, oder? Das ist ein Bonus. Oh, er hat er. Ah, das war's. Ah, das war's. Ah, das war's. Das war's. Nehmen Sie mich wieder, Schill. Wow, das ist unfair, Leute. Ich hab alles wieder vor. Oh, was? Boah, liegt das denn jetzt? Oh, das war dumm. Oh, scheiße. Nenke, ich schaff's. Ah, aber den muss ich kennen. Das ist, das ist ein bisschen problematisch auch. Du kannst, ich spiele dich. Oh, du kannst es unçuk. Oh, du kannst es nicht. Oh, du kannst es nicht. Oh, du kannst es nicht. Dann ja, du kannst es nicht. Dann ne du kannst du ein bisschen. Also, du kannst du ein bisschen. jetzt mit kraft gift wäre ein schöner abschluss gewesen aber ich merke was dagegen machen wir jetzt kein combo ist und wenn ich nicht im jenis bin also ich verstehe die ganze regel noch mal die flugzeuge machen wir leben ach man ja toll hilft mir wenig danke leben das ist ein bisschen mies ehrlich gesagt ja ja du kriegst nicht deine blöden mach dir auch kaputt so weit du kannst du schlugzeuge die 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 Das war's für heute. das ging aber schnell ja ja das war 3 1 ok das waren ja sehr schnell der 3 1 ich muss sie noch umstellen japanisch soll das ok ja yes ach jex 6 oh ich die 1 die 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 16 das war schwierig da darfst du nicht springen ich habe einen Vorsprung Und der ist wieder zurückgekommen. Ich kann nicht machen. Ja, du hast gewonnen. Oh Mann. Ich hätte gewinnen können. Ich hätte gewinnen können. Ja. Ich bin jetzt hier. Tesschen! Oh, sehr schön. Ich glaube, ich mache uns 2 1. Ach, Mann. Oh. Yeah. Cool. Jetzt habe ich doch auch noch ein Lied gesehen. Was ist das denn? Glaub ich, wenn du ganz wenig in die Lige hast, oder? Nee, das ist meistens Perfect Victory Pause. Oh, das ist an dir, ja? Okay, kill the jump. Ach, shit. Das hätte ich doch kriegen können. Hä? Hä? Da bin ich gegangen Da ist sie im Minus? Ach komm! Ach man! Was für ein Fehler? Ach komm schon ey! Ah was? Ach man! 2-0! Ach! Was? Oh! Walsch gemacht! Geht was? Ah! Ah! Dann ist gut so! Ah! Zu geil! Was? Ach komm! Da kannst du nix machen! Ja komm ey! Gott ey! Ne ich schaff's irgendwie nicht gegen den! Hm! Einfach mal so spielen mit denen gegen den! Ah! Scheiße! Kicks aber nicht so hin! Dann let's go! Oh! These are Jesse! Nein. Da komm ich nicht durch, okay. Oh, sei jetzt herz! Kein liegt! Och, Mann, ey! Kann der jetzt spitzern? Puh, das war knapp! Oh, ist's gone! Kann ich nicht mehr aufholen. Mann, Mann, Mann! Das war's! Das war's! Das ist, das war's! Oh! Das ver Deck. Das war's. Das war's że.. oh, Mann, Mann! Ich hab viel hier. Das hat's mit ihm Basis了. Ich hab gradient. Immer bei meiner Schwester происходит dein Elizabeth. oh jetzt kann er es nicht machen echt jetzt auch kommen scheiße ja 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 echt jetzt ja 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 wie gesagt mit der kenne ich mich zumindest aus ja 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 jo ja 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 Ah, macht nix. Erwartet. Ein Goran, oder? Ne, den Katzen. Ach, scheiße. Ich möchte ein Splashy-Gepar, jetzt habe ich zu viele Punkte gegeben. Ne. Ah! Ah! Was ist das? Was?! Awww! Was?! Ja, ich auch nicht Es geht so, wenn der F1-Marvinist Nein, nein, nein Oh, das ist mir gerät jetzt Oh, Mann oh man ich fass es nicht 1 1 Mann ey es Alfa war 3 von Knail Jetzt kannst du helfen? Nein, nein, nein. Ach, come on! Das war dumm! Oh, Mann! Ich dachte eh etwas! Meinst du auch, kannst du ranwollen, eben? Oh, wieder wirfst du, ey! Das war das Punkt, den ich versuche zu machen. Oh, wieder wirft er! Ach, Mann! Toll! Toll! Ach, komm! Ach, das ist doch... Mann, Mann, Mann! Ach, komm! Ach, komm! Ach, komm! Oh, okay! Okay, pariert, ähm... C ist nichts. Oh, nichts. Okay. Echt jetzt? Ach! Ja, die Dreschläge! Nicht mal das... Ah! Komm schon! Echt so! Jaja! Na toll! Jaja! Oh, da saß es wutz! Jawoll! Der schlägt für mich aus Ja Der schlägt Das hätte ich wissen müssen Er hat doch gewonnen Ja What Oh so Mist Das ist ja auch durch Ah hell ich schaue noch Aber Oh, was? Ein Sieg! Endlich! Meine Fresse! Ja, Conclusion, 2 zu 2, Leute! Oh, Mann! Oh, Mann! Hä? Ich bin so schlecht! Schade! Ach, das war... Das war nicht gut! Mann! Was? Nope! Ah, das war schon! Und schon wieder, Alter! Oh, wir haben verloren! Jo! Wir haben verloren! Wir haben verloren! Oh! Wir haben verloren! 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 Drock! Wir haben verloren! Wir haben verloren! ich habe gewonnen oder auch ne echt jetzt so dann wollen wir mal schauen das extreme battle wie wir es hier bewerkstelligen bring the heat baby oh mein gott super zacken bekäts oh wegglich hat das an yo das ist los für mich Und das Ding ist, die Gesundheit nimmt bei mir ab, ja. Bei mir auch, ja. Zwei Verbrauch gering, der ist stärk aktiviert, okay. Ich auch. Ah, das war blöd. Scheiße. Okay. Da wird das nochmal spannend. Alle Angriffe bewirken keine Stunde, okay. Ist klar. Ja. Pfff. 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 na ich habe mit dem slide nicht gerechnet ach komm da muss ich ja ich projektier auf das machen katastro springen die spinger ist doch ohne zu springen meine güte doch doch permanent burnout dafür aber tatsächlich verloren oder was jawoll let's go küss mir die füße zuviel Das ist ein Fluss. Oh, kann ich wieder den Garten kommen, was machen wir, okay. Ich treffe nicht, Leidem. Was? Come on. Super Anzeige, unbegrenzt, alles klar. Unbegrenzt, jetzt darf ich das auch machen müssen. Boah, dieser eine kickt, zieht so viel ab? Ein P-4-Wertz. Ach so. Herzlich. Ja. Zieh mir ab, ansonsten. Aber dann können wir was? Wir werden kann, ich kann, okay. Ach komm schon. Das war ja nix. Die erste Runde war was aber. Permanent Burnout, na. Geht ja nix. Ach so. Ich habe ihn 3G. Ich hab die Schoen. was ach komm das ist doch nicht euer ernst was ist das denn jetzt für eine kacke das geht ach man schon vorbei da kann ich mich nicht gut na ja okay dann wäre es das für diese session extreme battle fight night hier mit dem ab master habe noch viel zu machen aber ich sollte auch eher bei juli bleiben aber das ist ja auch mega zufällig ich meine ich kenne dj und nicht aber dj scheint echt gut zu sein naja ich sag mal so wenn euch dieses video gefallen hat hätte lasst einen daumen da und einen kommentar und wenn euch nicht nur mein street fighter zeug gefällt dann drückt auf die glocke und abonniert diesen kanal und ja dann würde ich sagen ich bin die k das game z5 und du warst wie damals alles klar und wir sehen uns dort wieder wo der kam am meisten schmerzt und zwar auf der straße bye 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 bye